Schröder-Welt-Steinbrück, Satire-Show-Spezial. Laden Sie mich jetzt ein zur politischen Selbstenthauptung. Ab Frühjahr 2013 war klar, dass das Ding nicht zu gewinnen war. Das heißt, Sie haben ein halbes Jahr uns alle angelogen, indem Sie so taten, als wollten Sie gewinnen. Wir trinken Wein, wenn Sie nicht antworten wollen. Ist das der Deal? Ja, Herr Schröder, haben Sie schon mal Steuern hinterzogen? Ich bin an der Grenze zur Schweiz groß geworden, da wäre das zu naheliegend. Es tun sich Abgründe auf. Ich finde den Namen spitze. Ich finde den Namen spitze. Vielen Dank.